Ich trage ein Kind in mir, das ich nicht wollte. Von einem Mann, den ich hasse. Ja. Aber du musst dir klar darüber werden, was du willst. Das weiß ich doch. Auch wenn Nico und ich nicht die besten Freunde wären. Irgendwann wird sie verstehen, dass ich dich wirklich liebe. Ich möchte, dass wir unsere Liebe ungestört genießen können. Aber das tun wir doch. Solange es immer wieder zu Differenzen wegen der Firma kommt, wird sich nichts ändern. Ja, und deshalb denke ich ernsthaft darüber nach, meine Anteile doch an Martin zu verkaufen. Ich hätte jetzt gerne einen Termin. Ja, ich hätte den Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Aber du hast beim Barol-Media mit aufgebaut. Ich dachte, die Firma liegt dir am Herzen. Das tut sie auch. Und trotzdem willst du sie Martin überlassen? Du, ich habe es einfach satt, dass wir uns ständig wegen irgendwelcher beruflichen Entscheidungen in den Haaren liegen. Für mich gibt es Wichtigeres im Leben. Hier. Du, was ist, wenn die Kinder später einmal in die Firma einsteigen wollen? Du hast ihnen gegenüber eine gewisse Verantwortung. Martin würde nie etwas tun, was ihnen schadet. Dazu hängt er viel zu sehr an ihnen. Beatrice. Es ist rührend, dass du dir solche Sorgen machst. Aber Bernd, ich liebe dich. Und für mich ist es nur wichtig, ganz, ganz viel Zeit mit dir zu verbringen. Ich liebe dich doch auch. Ich möchte nur, dass du nichts tust, was du später einmal bereuen gönntest. Noch ist ja nichts entschieden. Ich möchte, dass du dir auf jeden Fall die Sache noch einmal genau überlegst. Das werde ich. Aber ich glaube kaum, dass es jemand gibt, der mir ein so lukratives Angebot macht wie Martin. Ah, Elisabeth. Komme ich ungelegen? Nein, 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 komm ruhig rein. Oh, wenn du Besuch erwartest, dann kann ich auch wieder gehen. Nein, das ist kein Problem. Schön, dass du da bist. Florian kommt nachher. Ich wollte ihm nur was Schönes kochen und ihn überraschen. Oh, das wird mich freuen. Ja, ich, äh, bin eigentlich noch vorbeigekommen, weil ich mit dir nochmal übergestern sprechen wollte. Es tut mir leid, dass ich so hartnäckig war. Du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast. Ich kann nicht länger vor einer Entscheidung davonlaufen. Dann bist du zu einem Entschluss gekommen? Ich werde abtreiben lassen. Ich habe mit der Praxis telefoniert und ich habe morgen einen Termin. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass mir diese Entscheidung irgendwie abgenommen wird. Es hat mich gelähmt. Ich denke, das ist das Richtige. Ja. Ich liebe Florian. Und wenn ich dich durch dieses Kind nicht ständig an Sven erinnert werde, dann kann ich mich auch wieder auf ihn einlassen. Jetzt halt doch mal still. Wir müssen ja Stunden gebraucht haben, bis sie in diese Klamotten reinkamen. Dafür waren die Kostüme aber auch traumhaft schön. Tja, wenn man auf Kitz steht... Ach Quatsch, ihr seht aus, als kämpft ihr gerade von der Zeitreise. Ja, ist Andi aber weit gereist. Bis in die Steinzeit. Nico, halt deine Klappe. War doch nur Spaß. Macht euch mal locker. Wir müssen los, wenn wir vor dem Schneiders noch auf die Pferdauktion wollen, ne? Ja, dann kommt. Fehlt nur noch der B-Rock. Fehlt nur noch die Vollmaske fürs Gesicht. Sag mal, was ist eigentlich dein Problem, Nico? Ich habe kein Problem. Du? Kann dir bitte aufhören zu streiten? Sie sieht echt super aus. Du auch. Sag mal, Nico, möchtest du nicht mitkommen auf die Auktion? Was soll ich denn da etwa mitbieten? Nein, aber es wäre bestimmt ganz interessant. Wir gehen danach noch ins Schneiders. Nee, lass mal. Nico, die beiden wollen doch an ihren Kostümen arbeiten. In Ruhe. In Ruhe. Und du willst doch eh nicht zum Maskenball. Okay. Ich sag keinen Ton mehr. Jetzt komm. Ja, ist ja schon gut. Hier ist es mir sowieso zu albern. Tschüss. 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 Viel Spaß noch beim Anprobieren. Hi Dad. Hi. Du, ich hatte gerade eine geniale Idee. Solange sie nichts mit Geld ausgeben zu tun hat? Hm. Seit ich hier bin, haben wir kaum Zeit zusammen verbracht. So was hältst du davon, wenn wir beide in die Stadt fahren und uns dort ein bisschen umsehen? In den teursten Boutiquen nehme ich an, hm? Ich bräuchte dringend ein paar neue Klamotten. Aber dafür ist da Beatrice die bessere Einkaufsberaterin. Sie hat aber jetzt keine Zeit und mir verliert die Decke auf den Kopf. Dann geh in den Park spazieren, meine Maus, aber... Du, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Schade. Oh nein, vergiss es. Na gut, dann frage ich eben Beatrice, ob sie nicht ein paar Scheine locker macht. Mathe. Mathe. Was macht denn das für einen Eindruck, hm? Danke. Tschüss, Pap. Du lässt dich doch sonst nicht so lange bitten, wenn deine Tochter etwas auf dem Herzen hat. Halt du dich da raus, ja? Warum so schlecht gelaunt? Ich denke, es läuft alles nach Plan. Ja, eben nicht. Beatrice ist kurz davor, meinem Bruder ihre Führanteile zu überlassen. Da kann ich Omidia vergessen. Was? Aber sie hat das Angebot doch bereits abgelehnt. Sie hat ihre Meinung eben geändert. Wahrscheinlich hat mein Bruder sie wieder beschwatzt. Dann musst du ihr das eben ausreden. Du bist gut. Wie denn? Wenn es nach Beatrice ginge, würde sie am liebsten 24 Stunden am Tag mit mir verbringen. Noch ein Grund mehr für uns, dass wir das nicht zulassen können. Also unternimm was. Leicht gesagt. Ich darf ihr Misstrauen nicht wecken. So, fehlt jetzt noch irgendwas? Nein, für mich sieht es perfekt aus. Isabelle, ich muss noch mal davon anfangen. Aber Florian... Florian kann jetzt auch nichts mehr ändern. Meinst du nicht, er könnte dir helfen, alles leichter zu verkraften? Ich werde schon allein damit fertig. Ich will jetzt auch nicht mehr an Sven denken. Ich habe morgen diesen Termin. Danach werde ich hoffentlich nie wieder etwas von Sven hören oder sehen. Wenn du willst, kann ich ja mitkommen zur Gynäkologin. Das würde mir wirklich helfen. Natürlich. Die sind aber schön. Für dich kann nichts schön genug sein. Elisabeth! Oh, keine Sorge, keine Sorge. Ich bin schon weg. Isabelle und ich, wir hatten noch was zu klären, wegen des Pachtvertrags mit dem Null Limits. Ja, dann, euch beiden noch einen schönen Abend. Ciao. Wiedersehen, Elisabeth. Tschüss. Das sieht aber toll aus. Jetzt komm schon. Andi, du siehst perfekt aus. Nicht wie aus der Steinzeit? Ach, jetzt vergiss doch mal die blöden Kommentare von Nico. Das sagst du ja nur so. Mann, ich verstehe echt nicht, warum sich Nico einfach nicht daran gewöhnen kann, dass wir beide zusammen sind. Vielleicht ist sie traurig, weil sie selber keinen Freund hat. Wenn sie alle Typen so anblögt, brauchst du sie ja nicht zu wundern. Sie ist sensibel, sie versteckt es nur. Das macht sie aber ziemlich gut. Ich glaube, das ist so eine Art Schutzhaltung von ihr. Aber du darfst ihr ihre Sprüche nicht so zu Herzen nehmen. Trotzdem, sie hat was gegen mich. Jana, sie hat extra meine Blumen und die Einladung damals unterschlagen. Ja, aber das hat sie doch nur gemacht, weil sie Angst hatte, dass du mir wehtust. Und ich glaube, sie hat inzwischen selber gecheckt, dass du mich nicht verarschen willst. Wie findest du mich? Wie findest du mich? Ja, also... So fall ich dir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich dich gleich aufessen oder erst noch küssen soll. Also gegen das Aufessen habe ich was. Aber küssen nicht. Ich kann echt nicht mehr Papp sagen. Oder? Papp. Aber gerade so. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Lecker. Noch etwas Wein? Danke für mich nicht. Ich musste nach gestern Abend ein bisschen kürzer treten. Du hast ziemlich schlecht geschlafen, oder? Ich weiß. Der Prozess. Aber Schatz, wir haben die Sache mit Sven bald überstanden. Hm? Lass uns einfach nicht drüber reden. Okay. Willst du tanzen? Wie? Disco? Habe ich nicht gesagt. Was denn? Darf ich bitten? Ich... Nee. Verdammt. Sorry, das sind meine. Du musst Onkel Martin sein. Und du bist... Ja, Vanessa, ja. Klasse, dich endlich mal kennenzulernen. Ah. Du bleibst ein paar Wochen in Düsseldorf? Stimmt. Ja, Felix findet das allerdings nicht so toll. Seitdem er weiß, dass Bär mein Vater ist, hat er was gegen mich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Komisch. Nach der Erzählung habe ich mir dich irgendwie schlimmer vorgestellt. Tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss. Hallo, Martin. Hast du kurz Zeit für mich? Hey, willst du mal gucken? Nachher, Vanessa. Oh. Schätze, da störe ich mal lieber nicht. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ah, lass doch deine Gehäßigkeiten. Kommst du? Worum geht es denn? Um Beinbach Almedia. Ich habe noch mal darüber nachgedacht. Also, dieser Laden hier ist echt nicht mein Fall. Dann hast du ja für Jana und Andi ein richtiges Opfer gebracht, hm? Komm, Nico, wenn du frisch verliebt wärst, wärst du auch froh, wenn du mit deinem Freund ein bisschen allein sein könntest, ne? Ja, bin ich aber nicht. Für dich findet sich auch nur ein Prinz. Wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt einen will? Mir reicht dieses Getutel ja schon vom Zuschauen. Ach komm, die beiden sind doch süß zusammen. Ja, zum Karieskriegen. So. Zwei Chardonnay. So schön. Dankeschön. Und ein Alt. Ja, das kommt jetzt gut. Sag mal, wie wäre es, wenn wir danach noch in den Club gehen? Weil Jana und Andi wären uns bestimmt dankbar, wenn wir nicht sofort wieder auftauchen. Sag mal, das mit dem Ball. Ähm, ich glaube, ich komme doch mit. Ach, auf einmal. Ja, das wird doch bestimmt witzig und es wäre doch blöd, wenn ich mir das entgehen lasse. Das finde ich auch. Ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, wieso das denn? Ja, ohne Kleid kein Ball. Ja, und wo willst du auf die Schnelle eins herkriegen? Jana hilft mir bestimmt. Tschüss. Du wirst es nicht bereuen. Das verspreche ich dir. Davon gehe ich aus. Ich gebe dir Bescheid, sobald die Anwälte die Verträge ausgearbeitet haben und die Finanzierung steht. Gut. Dann sind wir uns ja einig. Hallo, Schatz. Du willst Martin doch nicht ernsthaft deine ganzen Anteile überlassen. Erstens macht er mir dafür ein sehr lukratives Angebot und zweitens ist das ja wohl meine Entscheidung. Ja, aber er will doch deine gesamten Firmenanteile nur, damit er bei Silvia und seinen ominösen anderen Geschäften freie Hand hat. Wenn ich keine Verantwortung mehr für Beinbach-Allmedia trage, dann brauche ich mich auch nicht mehr darüber aufzuregen. Ja, aber genau das hat er gewollt. Dich weichkochen, bis du aufgibst, um sich dann selbst zu bereichern. Egal, was privat zwischen uns war. Geschäftlich hat Martin sich mir gegenüber immer korrekt verhalten. Ich schwöre dir, wenn er sich erstmal in deiner Firma breitmacht, dauert es nicht lange und er vertreibt dich von Schönberg. Ganz bestimmt nicht. Martin will dir das Wasser abgraben. Wer will dich fertig machen? Merkst du denn das? Ach, rede doch keinen Unsinn. Sag mal, Beatrice, bist du so begriffssturzig oder tust du nur so? Hör gut zu. Sprich nie wieder in diesem Ton mit mir. Nie wieder. Ich habe es nicht so gemeint. Entschuldige. Ich muss mir von niemandem anhören, was ich zu tun habe. Also halte dich in Zukunft einfach aus meinen Belangen raus. Ja, ja. Jahrelang habe ich mir anhören müssen, was ich zu tun und zu lassen habe. Erst von meinem Vater und dann von Martin. Aber jetzt, jetzt lasse ich mir von niemandem mehr etwas vorschreiben. Mir reicht's. Ein für allemal. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Ich liebe dich. Und ich möchte nie wieder ohne dich sein. Beatrice. Was ist? Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Deine Auseinandersetzung eben mit Bernd. Ach, bespitzelst du mich jetzt? Euer Streit war im ganzen Haus zu hören. Wenn's dir zu laut ist, dann zieh doch aus. Ich will mich mit dir nicht streiten. Ich frage mich nur, wieso Bernd sich so aufregt, obwohl es um deine Firma geht. Weil er um mein Wohl besorgt ist. Ach, und deshalb verliert er gleich die Fassung? Nur weil du deine eigenen Entscheidungen triffst? Worauf willst du hinaus? Bernd weiß ganz genau, wenn du an mich verkaufst, kriegt er keinen Fuß mehr in die Firma. Ich will mich auch nicht mit dir streiten. Also bitte hör auf. Beatrice. Er hat dich doch nur geheiratet, damit er sich beim Bach-Ulmidia unter den Nagel reißen kann. Und jetzt sieht er seine Fälle davon schwimmen. Martin, wenn du es noch so sehr versuchst, du wirst es nicht schaffen, einen Keil zwischen Bernd und mich zu treiben. Also bitte mach mir dein Angebot, und dann sehen wir weiter. Wie du meinst. Hi, ich bin wieder da. Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Was du nicht sagst. Wolltet ihr nicht in Schneiders gehen? Ja, da waren wir auch. Und Robin und Cecile haben mich überredet, dass ich mit zum Maskenball komme. Echt cool. Ja, jedenfalls brauche ich jetzt ein Kostüm. Und du musst das so sagen, kommst du hier reingeplatzt. Ja, und da ich eure Fummel so cool finde, weißt du, du hattest doch so einen Katalog, ne? Ja, aus dem Kostümverleih. Willst du mal reinschauen? Ja, es wäre cool. Der Ball ist ja schon in zwei Tagen. Ich habe ihn aber oben. Solltest du ihn mir holen? Okay. Das ist süß von dir. Wie witzig. Schatz, ich wollte dich vorher nicht verletzen. Und es war auch niemals meine Absicht, dich zu bevormunden. Ich wollte dich doch nur für einen möglichen Fehler bewahren. Was, bitte, ist falsch daran, wenn ich meine Anteile an Martin verkaufe? Nichts. Warum regst du dich dann so auf? Du sollst natürlich das tun, was du für richtig hältst. Aber es ist... Es geht mir um Martin. Ich traue ihm einfach nicht über den Weg. Er hat schon so oft versucht, uns zu schaden. Hier geht es nicht um Gefühle. Hier geht es um einen notariell abgesicherten Verkaufsvertrag. Ich weiß. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich vorhin etwas ausfeind geworden bin. Es ist ja lieb, dass du so viel Anteil an meinem Leben nimmst. Dafür sind wir verheiratet. Bernd, ich verspreche dir, ich werde nichts unterschreiben, was ich vorher nicht eingehend geprüft habe. Ja, so habe ich das auch nicht gemeint. Es ist bestimmt nicht einfach für dich, mit mir und meinem Ex-Mann unter einem Dach zu leben. Na ja. Siehst du? Und je weniger ich mit Martin zu tun habe, umso besser ist es für uns beide. Natürlich. Außerdem, wenn ich mich aus dem Geschäftsleben zurückziehe... Dann können wir endlich mehr Zeit miteinander verbringen. Ich weiß, mein Schatz. Ich weiß. Gut, dass Florian so früh weg musste. Isabel? Hm? Bist du dir ganz sicher? Ich will dieses Kind nicht, auf gar keinen Fall. Gut. Es ist gut, dass du deinen Entschluss reiflich überlegt hast. Ja. Ich bringe das jetzt hinter mich. Ich habe nur Angst vor diesem Eingriff. Du Angst, die kann ich dir natürlich nicht nehmen, aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass ich bei dir bin. Ich habe mich auch so verrückt gemacht die letzten Tage, weißt du, aber jetzt bin ich mir sicher. Mir bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit. Hm. Florian ist das Wichtigste für mich auf der Welt. Und dieses Kind, das würde alles kaputt machen. Bestimmt ist es gut so. Ich will auch nur, dass wir wieder so glücklich sind wie früher. Morgen. Was fällst du denn schon so früh hier? Jana schluss noch. Wir hatten übrigens gestern noch ganz schön viel Spaß, als wir die Kostüme ausgesucht haben. Schön für euch. Machst du auch im Sack? Nico, was soll diese Scheiß-Tour? Erst versaust du Jana und mir den Abend und jetzt machst du einen noch superfreundlich? Entschuldigung, dass ich dir was angeboten habe. Du kommst einfach nicht darauf klar, dass Jana und ich zusammen sind. Und deswegen bist du auch gestern Abend so plötzlich reingeplatzt. Bist du jetzt völlig paranoid? Gib's doch wenigstens zu! Du gönnst deiner eigenen Schwester keinen Freund, weil du selber Solo bist. Spinnst du! Was machst du da? Ich gehe jetzt hoch zu Jana und werde sie wecken. Und dann werde ich ihr erzählen, was für ein fieses Miststück du bist. Du lässt sie schlafen. Nein, weil sie es nämlich kaum erwarten kann, mich wiederzusehen. Und ich übrigens auch nicht. Du willst sie nicht weg! Scheiße. Vielleicht Nicole? Überraschung! Und Elisa will es auch wieder hier. Hallo, Florian. Du, das ist schön, dass du hergekommen bist, aber es ist gerade ganz schlecht. Wieso? Wo wollt ihr hin? Na, wir wollten zu Indien-Stadt. Ja, zum Kostümverleih. Wegen des Maskenballs der Demerans. Ja, wunderbar. Wieso? Ich habe mir extra heute freigenommen, weil ich doch auch noch ein Kostüm brauche. Ja, worauf warten wir denn? Dann gehen wir zu dritt los, hä? Was habe ich nur für eine schöne Frau. Und ich für einen charmanten Mann. Soll ich die Handschücher ins Bad bringen? Ja, tun Sie das. Bis später. Ich freue mich auf dich. Ich werde jede Minute zählen. Wie hast du deine Herzdame so schnell wieder besänftigt? Wie schon? Ich habe sie davon überzeugt, dass ich nur ihr Bestes will. Willst du ja auch. Ihr Geld. Dann verkauft sie Martin ihre Anteile also nicht? Doch. Sie ist nach wie vor ganz versessen darauf. Aber dann war eure Heirat ja völlig sinnlos. Jetzt nervt mich bloß nicht. Du konntest also nicht verhindern, dass sie ihre Anteile an ihren Ex verkauft? Eine Möglichkeit gibt es noch. Wer tot ist, kann nichts mehr verkaufen. Wer tot ist, Vielen Dank.